Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Aktuell auch die Revitalisierung von dem jemaligen West-Hilfe-Gebäude, also wir arbeiten auch mittlerweile mit Werk in der Immobilienbranche, im Hospitality-Bereich, Gastronomie, Hotel, eigentlich alles um das Thema Markt. Es kann Raum sein, es kann Gebäude sein, es kann unser Ort. Unsere Angehensweise ist dabei vielleicht manchmal nicht wie in einem klassischen Inarchitekturbüro, sondern teilweise etwas wie bei einer Agentur, weil wir, wenn wir mit dem Weg starten, im Prinzip anfangen, erstmal die Markenidentität herauszuarbeiten, bevor wir dann das in die Dreidimensionalität übertragen und denken also über das Funktionalraumprogramm nochmal weiter hinaus. Denn die Marke im Raum ist die typische Manifestation der Markenwerte, die es herauszuarbeiten geht. Also es geht nicht mehr um die Fragestellung, wer hat den größten Laden? Und, also im Sinne von Karstadt-Kaufhof, das weiß man ja, jetzt geht es auch nicht mehr darum, wer den vollsten hat. Also wer hat die höchste Warendichte, wie es früher war, das Store, kommt ja eigentlich auch von Storage. Und das ist ja im Sinne von Einlagern oder Speichern, das ist ja heutzutage ganz viel notwendig, weil man ja alles online kaufen kann und im Prinzip der Laden in der Innenstadt gar nicht mehr das Warenlager sein muss. Ja, und es geht auch nicht mehr darum, wer den vollsten hat. Sondern die eigentliche Fragestellung ist, was eine kohärente und eine hexame Markenerfahrung ausmacht. Ja, für uns ist immer wichtig, den Magen ein Zuhause zu geben. Und jetzt haben wir euch ein paar Beispiele mitgebracht, bevor wir jetzt hinterher eine Case Study euch zeigen, LFDY, haben wir euch ein paar Beispiele internationaler Marken mitgebracht, die das sehr gut machen, unterschiedliche Aspekte einarbeiten in ihre Store-Konzepte. Und die zeigen euch jetzt mal eine Form. Also das ist, man könnte auch denken, es ist Down and Abbey, ist es aber nicht. Es ist die erste europäische Lieder von Restoration Carbwerk, also ein amerikanischer Möbel, das ist zwar ein Händler, der in England auf einem gigantischen Anwesen aus dem 17. Jahrhundert jetzt Schokum errichtet hat und dort, man kann da ja auch nichts kaufen, sondern man kann da hinfahren, sich inspirieren lassen, sich alles angucken. Opulente Stilwelten, hier auf der nächsten Seite kann man es gut sehen. Und es geht aber noch weiter über das hinaus. Er hat ein Restaurant, es gibt Restaurants, eine Tee-Lounge, eine Juicery, eine Bakery. Und man hat also von allen Restaurants aus im Prinzip einen Blick auf die atemberoppelnde Landschaft. Und die haben damit also sozusagen gezeigt, wie schaffe ich eine Destination, also wie schaffe ich meinen Kunden hier in Zug zu kommen. Das ist also ein Blickchen Ziel, was man ansteuert, wo man auch im Prinzip dann den ganzen Tag verbringt. Es ist jetzt nicht einfach nur ein Store, wo man natürlich die ganze Marke hat. Das ist jetzt nochmal ein Bild vom Restaurant. Es ist alles sehr glücklich, mondän. Ja, das kennen vielleicht einige von euch. Das ist Starbucks, auch ein super Beispiel für eine Marke, wie sie ihr Lieblingsmann beschaffen. Die haben in verschiedenen Metropolen Starbucks-Ruser-Groceries eröffnet. Das ist jetzt ein Beispiel von Tokio. Und da haben sie im Prinzip einen Ort geschaffen, der die ganze Geschichte, die Werte, die Leidenschaft für Kaffee abbildet, also auf eine unvergleichliche Art und Weise. Und es gibt Tastings, es gibt Kaffee-Menüs, eine Bäckerei. Und also im Prinzip der ganze Weg wird gezeigt von der Bohnen bis zur Tasse. Der Trend, der sich bei den Luxusmarken mittlerweile etabliert hat, ist das Angebot einer exklusiven kulinarischen Erfahrung mit einem Restaurant oder einem Café. Es ist eine strategische Weiterentwicklung des Markenuniversums, Hetz von Prada. Und da haben sie auch andere Marken gemacht. Es gibt mittlerweile das Restaurant von Ferrari, es gibt das Gucci-Sterne-Restaurant. Burberry hat sie, glaube ich, damals losgelegt. Aber hier eben am Beispiel Prada kann man sehen, dass die, wie so ein Blümungsgesang, die Identität der Marken nachlos in die Rolle gespielt wird. Und das ist ein technologisches Erlebnis bietet. Und was macht es auch, es integriert es in den Alltag der Kunden. Darüber hinaus spricht das auch mit neuen Kundenstamm an, nämlich mit viel jüngeren Zielgruppen, die die vielleicht mit Prada-Taschen leisten können. Die haben sich genutzt in der Tasche, um sich mit ganz Prada-Taschen zu leisten. Und das dann natürlich auch mit den sozialen Medien teilen, was dann wieder ein Win-Win für die Luxusmarken ist, weil die ja durch die jüngere Generationen haben. Dann immer wieder ein gutes Beispiel, einfach auch um zu zeigen, wie eine Marke sich evolutionär entwickelt, ist Apple. Apple ist weg von den Kathedralen hin zu den Gemeinschaftsorten. Früher waren die ersten Läden dann wirklich ehrfurchtig. Das haben sie dann unterstrichen, indem sie die Genius Bar hatten. Auf der einen Seite haben sie den Genius, wir waren die Idioten. Also die haben wirklich diese Hemmschwelle kreiert, die sie jetzt mittlerweile abgebaut haben. Heute setzen sie ganz stark auf Community. Ihr kennt Wörter, die waren wahrscheinlich alle schon mal in den App-Laden. Mittlerweile laufen genauso viele Mitarbeiter wie Kunden im Laden rum. Also es ist wirklich animiert, dazu zu gehören. Das sind mittlerweile zentrale Tech-Treffpunkte, das sind Event-Space und die dienen einfach zur Community-Building. Hier ist das Beispiel Apple, Piazza Liberti in Mainland. Und hier wurden zwei ganz wesentliche Elemente italienischer Plätze kombiniert. Und dann fügen sie einmal den Stein und das Wasser und dann fügen sie ein Portal aus Glas da drüber. Also wirklich perfekte Markenaussage, perfekte Markensprache. Und durch die Integration der städtischen, das städtische und kulturelle Leben Mailands, demonstriert Apple eben auch eine kulturelle Relonanz. Streetwear ist salonfähig geworden und das ist mittlerweile auch oder definiert den neuen Luxus. Die Markenaussage gibt es mittlerweile in New York und den Leuten, also ist mittlerweile eine der einflussreichenden Bereich der Lern-Streetwear. Sie bedient sich an der Hip-Hop-Kultur, am Sport, zum Beispiel Basketball und an dem urbanen Leben in New York und prägt dadurch einen neuen Lebensstil, der von kultureller Authentizität betreffelt ist. In den Stores in London und in New York reisen sie das Klischee des New York Heritage aus und kreieren so einen Kreisstuhl ab, der das Gefühl eines Members-Clubs kreiert und dadurch auch eine Zugehörigkeit schafft. So, das waren jetzt mal ein paar Beispiele. Hier sieht man, genau, hier sieht man den Club, hier sind immer ein Basement, da sind dann VIP-Gäste eingeladen. Also, das ist wirklich dieses Membership-Gefühl zu kreieren. Und das waren jetzt mal einige Beispiele, was im stationären Handel im Markt gemacht wird, oder die die Marken sich im stationären Handel präsentieren und welche Konzepte diese Marken auflädt. Aber hier erhöht man die Markenpräsenz und die Reichweite über den Store hinaus. Und das ist auch nochmal ein paar Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel, indem man in Form von Events an besonderen Orten mit gesellschaftlichen Megatrends die Kunden anspricht und so das Vertrauen in die Marke zu wecken. Und hier haben wir das Beispiel Entschleunigung, das adressiert das Thema Gesundheit, das Thema Achtsamkeit, Well-Being. Das ist Lolle, das ist eine Marke aus Kanada, Yoga-Marke und Activewear. Und wir haben im Grand Palais, das ist ein Jahr her, ein Jahr war es im Grand Palais, im nächsten Jahr war es mit einem Eiffelturm und ein Riesen-Yoga-Event initiiert, was dann in der Yoga-Szene innerhalb von Stunden die Wahl ging. Also das spielt wirklich in die Sichtbarkeit der Marke ein, eben dann nicht nur national, sondern auch international und stärker auch nochmal das Gefühl der Marke. Ja, das ist auch ein verrücktes Beispiel, das ist sogar aus Düsseldorf aufgenommen vom Schadowplatz. Das war ganz lustig, da hat Tina und ich einen Notar, der mich bei unseren Dr. Drosten hatten, und dann kamen und kamen aus dem Fenster und sahen dann so eine G-Klasse mit einer Menschentraube. Und dann war ich da, Tina, was ist denn da los? Dann war das der Justin Fix, ein Influencer, manche von euch kennen den vielleicht, der ist bekannt geworden durch so Gaming-Kommentare und hat inzwischen eine eigene Notmarke. Der hatte abends dieses Event auf dem Schadowplatz annonciert und hat am Mittag so einen Teaser gemacht, eine halbe Stunde vorher über Instagram geschrieben, ich verteile Capri-Sonnen zwischen Steigenberger und Kühlbogen. Und dann sind die Leute, also in dieser ganze Community ist dann da hingerast, um die Capri so ein Problem zu bekommen. Und abends, also um 17.30 Uhr war dann dieses Event am Schadowplatz, das ist ja da so eine Aufnahme von oben, wo man dann sehen kann, da sind dann Leute aus München und Hamburg überall herangereist, um also T-Shirts zu ergattern. Da geht es ja jetzt nicht darum, dass T-Shirts, sondern es geht darum, ich war bei dem Event dabei und habe dieses T-Shirt, was es auch nur da, zwar geschenkt gab, aber das gab es halt nur da. Und das ist ja etwas, woran man sieht, dass jetzt auch die Streetwear-Marken dazu übergehen, die Thema Verknappung und Begehrlichkeit, was man früher vielleicht nur von Luxus-Labels kannte, für sich zu stehlen. Das ist eigentlich ein ganz cooles Beispiel, das ist Social Engagement. Da hat Nike in Belgrad aus 20.000 recycelten Sneakersohlen den Bodenbelag gemacht für den Basketballplatz, daneben ist noch ein Spielplatz mit Spielgeräten und diese Sneaker werden ja sonst alle auf der Mülldeponie gelandet, haben also die genommen, die den Recyceler aus dem Bodenbelag gemacht und sozusagen der Jugend hier zur Sportstätte geliefert in Belgrad. Ein anderes Beispiel ist noch ein Pop-Up-Store von Hermes, den haben sie in ein paar Städten gemacht, das sind New York. Die haben jetzt Pop-Up-Stores eröffnet, die sehen aus wie Waschsalons, die heißen Hermes Matic. Und man kann dort mit seinem Hermes Schal hingehen, den jetzt in so eine spezielle Dip-Dye-Verfahren getrunken, also in irgendeine Maschine stecken und holt den dann 24 Stunden später wieder raus und hat jetzt so eine gebartigte Variante sein des Schals. Das machen sie jetzt nicht etwa auf dem FITZ-R-Milio oder so, sondern in hippen Vierteln, bei denen man, also wo man jetzt sofort nicht übliche MS-Kutscher vermutet, auch um eine andere Zielgruppe und eine andere Reichweite zu erzielen. Ja, und jetzt übergebe ich mal an Tina, die hat, erzählt uns jetzt was konkret über unsere Arbeit, die wir Konzepte entwickeln für Marken und für Stores und das ist jetzt am nächsten Tag hin zu LeFastayang. Der kennt den LeFastayang nicht. Ehrlich, ist nicht schlimm. Okay, ist eine Erfolgsstory aus Düsseldorf, das kennt sie tatsächlich jeder, die Marke hat glaube ich jetzt auch 10 Jahre, 10 Jahre gibt es sie mittlerweile, aber was macht eigentlich eine Marke begehrlich und erfolgreich? Und das sind die vier FPs. Das erste steht für Purpose, das ist das Warum der Marke. Bei LeFastayang ist es eine Plattform und eine Identität für Menschen zu schaffen, die das Leben intensiv, selbstbewusst und ohne Kompromisse leben wollen. Das schmiedet natürlich auch die Persönlichkeit der Marke wieder. Dann Product, das zeigt sich, das ist das Streetwear mit LeFastayang kombiniert. Das Produkt spielt darauf ein, die rebellischen Messages der Marke zu kommunizieren. Und natürlich entwickelt sich das Produkt ständig weiter, indem sie auch Kooperationen eingehen. Sie haben regelmäßige Drops, also sie spielen auch immer wieder auf aktuelle Themen in der Gesellschaft ein, also die Hip-Hop-Kultur und Musikkultur betreffen. Und die werden dadurch ihre Kunden natürlich auch immer inspiriert. Dann das Thema People als drittes. Ja, wer könnte die Marke besser verkörpern als der Gründer himself? Das ist Lorenz Ahmend, Bodo, einige von euch kennen ihn ja. Rechts zu sehen im Bild in seinem Pool, in dem LeFastayang Schwimmring. Also, man hat ja verkörpert die Marke wirklich 100% durch und durch. Und wer ihn kennt, der spürt das auch. Auf der linken Seite auch die Markenbotschafter, die wichtig sind für die Marke. Die Identität der Marke wirklich auch leben und spielen. Das sind zum einen Mitarbeiter im Store, aber es sind eben auch Influencer und Rapper. Hier sehen wir Romero Meckherr, der sich nach der Londoneröffnung erst mal eingedeckt hat mit ein paar Typen. Dann natürlich noch der Ort. Der Ort kann sowohl der digitale als auch der physische Ort sein. Und digital online spielt LFTY die Marke immer schon sehr, sehr gut. Sie haben auch Online-Ortrill, haben die Koffer Community Online. Bis dahin hatten sie drei Leben selbst. Sie hatten Düsseldorf, Sie hatten München und Berlin. Drei wirklich super Standorte. Aber sie hatten alles selbst gemacht bis dahin. Aber durch dieses rasante Wachstum, was sich daraus entwickelt hat, die Marke ist wirklich stark geworden, hatten wir die Kapazitäten, es selbst zu machen. Und sind dann an den Punkt gekommen, auch mit der anstehenden Internationalisierung, also der Expansion der Marke, die Leben zu professionalisieren. Sie haben 2021 bei einem Café im Café Rekord, habe ich die Runde getroffen. Ende 2021 hatten wir dann den ersten Laden in Amsterdam eröffnet. Und so fing dann die Zusammenarbeit an. So, ich zeige euch mal, wie wir so ein Talks-Talks jetzt angehen, wie unsere Herangehensweise ist. Für uns ist es ganz wichtig, wenn wir ein Konzept haben, dass wir mit den Kunden gemeinsam als Briefing erarbeiten. Da ist LSD, man kann sagen, auch wirklich ein dankbarer Kunde, weil der Lolo sich das Lolo selbst einbringt. Und der ist eben DNA der Marke. Und wir können nur etwas Gutes entwickeln, wenn wir das auch zurückgespielt bekommen. Wir arbeiten manchmal mit Konzernen zusammen, da sitzen dann 20 Leute in dem Entscheidungskreis, aber letztlich entscheidet keiner. Und so verbessert sind dann auch manchmal die Projekte leider. Aber bei LSD ist es eben nicht so. Da ist ganz klar der Lolo der Kopf, wir haben ein super Team unter sich. Aber es sind eigene Entscheider für alles. Lolo entscheidet alles an Unternehmen. Und wenn wir ein Konzept angehen, dann sagt man, was sind denn die raummildenden Elemente, die die Marke ausmachen? Und in der Anfang hat er gesagt, es reicht nicht nur noch, einen schönen Laden zu gestalten, sondern der Tag muss die Markenwerte, die Identität, die Personality widerspiegeln, so dass sich da alles im Laden vereinen. Und die hatten das schon ganz gut gemacht, weil die ersten Läden, kennt ihr wahrscheinlich in Düsseldorf, die haben diese Stand im Raum hängen und die haben dieses Showroom-Prozent, wo man das eigentlich im Laden präsentiert. Das heißt, jedes Teil ist nur einmal sichtbar. Also wir haben jetzt nicht wie bei Esprit und Gerhard Weber acht Größen da immer hängen, und dadurch ist das irgendwie eine langweilige Warenpräsentation. Und jedes Teil ist einmal, auch wirklich mit einem feinen Übelabstand, das ist auch wie die Luxusmarken das machen. Und dann nebenüber hatten die diesen Kartonschrank. Und Karton, das heißt, man konnte sich das Teil aussuchen, man konnte direkt neben die Worte einiges Lager, ein sichtbares Lager, wo dann alle Größen verfügbar sind. Und das ist super, das ist einzigartig, wie ihr das macht. A macht man das, eben um schnell an die Waren zu kommen, aber auch um den Kontakt des Kunden nicht zu verlieren. Die Kids haben heute keine Zeit mehr, die sind dann schnell weg, wenn die nicht verdient werden. Da bekommt man auch den ständigen Kontakt zum Kunden. Und die zwei Elemente, die übernehmen wir, die müssen wir nur jetzt mal in die nächste Form nehmen. Und dann hat Ludo auch gesagt, er möchte, weil seine Kunden sind Fans, er möchte einen Selfie-Spot haben, den Laden und hat gesagt, okay, da habe ich den Logo drüber, einen guten Sessel, irgendwas, ein Fischisch-Sessel, irgendwas hochwertiges, das gehört auch dazu. Und last but not least, die Markenbotschaft, das Wärme, was LFDY ausdrückt. Und das muss irgendwo im Raum vorkommen. Das kann auf dem Boden sein, das kann an der Wand sein, das kann natürlich auch in den Screens bespielt werden, aber das ist was, was dazu gehört. Also haben wir diese vier Elemente, wir haben einmal die Bahnstange, die wichtig ist, wir haben diesen Schrank, den wir dann auch im Aktenschrank genannt haben, wir haben den Selfie-Spot und wir haben eben die Botschaft im Laden. Dann haben wir das weiterentwickelt, weil als der Ludo die Expansion international geplant hat nach Amsterdam, hat er auch schon im Hinterkopf auch weitere Standorte zu eröffnen, einmal in Deutschland, aber auch noch weiter internationalen. Und dann haben wir von Anfang an gesagt, das Prinzip ist, es kommt immer wieder diese vier Elemente vor, aber jeder Land soll anders aussehen. Das heißt, es soll eine andere Materialität haben, es soll nicht anders anfühlen, was LFDY auch wirklich sehr gut macht, sie suchen sich gute Standorte aus. Die lassen auch die High Street liegen, die gehen auch in Offlagen, Hauptsache der Raum repräsentiert die Marke oder passt in die Stadt rein. Also wenn man es in Berlin kennt, kommt ja gleich noch dazu, seine Freizeit. Das ist wie gesagt, man muss jeder Laden anders anfühlen, weil die Kids, die travelen, als wir Amsterdam eröffnet haben, waren doch schon im ersten Mal, da passen die deutsche Kunden da, weil die Marke eben hat keiner anhand im Ausland kommt, online. Also die Flüsse zu den Läden, um sich da auch inspirieren zu lassen, den Touch mit der Marke zu haben, mit den Mitarbeitern, der LFDY ist wirklich auch sehr gut da auch drin, um eine Rundinz zu gestalten, die dann auch wieder die Kunden zieht. Und das war dann das Principle. Dann haben wir die Details entwickelt, die sagen, ja, das war alles so ein bisschen self-made vorher, das muss jetzt alles detailliert werden, das muss notfältiges Materialien hier, ein Beispiel drin sind auch immer dafür, notfältige Materialien, langlebige Materialien einzusetzen, anstatt Kulschow und Neufjahr-Artsmaterialien, die wünschen sich das, da müssen wir auch drauf eingehen, aber auch da nochmal, da hat Herr Lolo auch wirklich einen sehr, sehr guten Anspruch, auch einen architekturischen Wert, der hat natürlich dann auch Spaß, wenn man dann mit den Stundenlaterien arbeiten kann, oder auch was entwickeln kann. Und dann hier sieht man jetzt mal, so wie wir so arbeiten, es gibt schon, man hier direkt das Licht reingeführt, das sieht man mal, ein Musterkorn, ja, das ist das Ganze, ja, der ist alles auf, ist das Licht richtig, fällt das richtig auf die Schulter, also wir sind schon Details, mit denen wir uns sehr, sehr intensiv beschäftigen, das ist natürlich auch unsere Expertise, weil wenn das nicht alles sitzt, dann macht das Groß und Ganz überhaupt keinen Sinn, das sind die kleinen Feinheiten, die der Kunde vielleicht nicht wahrnehmt, aber man spürt das. Dann setzen wir uns natürlich immer mit der Customer Journey auseinander, bei dem jetzt heißt der Jan lebt, das ist zwischen 80 und 120 und 180 oder 200 in Berlin, ist es kleiner, aber es ist immer ganz wichtig, was erwartet der Kunde, wenn er in den Raum kommt, das ist die Message, und dann, wie bewegt der Kunde sich durch den Raum, am liebsten natürlich erst zur Ware, dann zu hinten bleiben, dann zu deinem Selfie-Spot, und dann zur Kasse, und Kasse ist auch ein Thema, da diskutieren wir viel mit unseren Kunden drüber, über das Thema Cashless Pay heutzutage, braucht man eine Kasse, braucht man keine Kasse, oder auch Langeweile, fast der Janke diskutiert, ja, wir wollen eine Kasse, aber wir wollen den letzten Kontakt zum Kunden haben, wollen diese Bewegung, hier hast du deine Tüte, hier hast du deine Ware, wir wollen die auseinanderseiten mit Kommunikation und in den Dialog gehen, deswegen haben wir in den Leben auch immer noch eine Kasse. Dann wird jetzt mal mit dem Prozess aufgezeigt, natürlich, wir sind in Architekten, wir planen dann den kompletten Plansatz, also wir hören dann die Grundrechtssituation, die Deckenpläne, die Schirte, die Elektropläne, Bodenpläne, das ist dann alles sehr umfassend, dann wird es immer ein konkreter im Laufe parallel, indem man natürlich auch noch die Renderings, Visualisierungen, nochmal einen Schritt zurück, arbeiten wir da immer noch mit Skizzen, weil wenn man denkt, wenn wir erstmal räumtliche Skizzen machen, dann lässt das noch viel mehr Raum zur Interpretation und ist nicht so konkret. Haben wir jetzt auch festgestellt, so in den Jahren, wenn man mit so einem fertigen Renderring hingeht, dann gefällt mir nicht. So, es geht halt immer ganz schwer, dass es los geht. Deswegen wollen wir ja die räumlichen Untersuchungen machen, mit Skizzenformen, weil da geht es gar nicht, dann am Ende ist das Material weiß oder grün, sondern wir müssen jetzt mal gucken, wie wird der Raum gestaltet, was macht der Raum, sind wir für eine Deckenhöhe, was passiert, gestalten wir einzelne Räume, durch die der Kunde sich bewegt, oder sieht man alles auf einmal, das ist ja eine gewusste Entscheidung, die wir treffen, wie nach Marke. Jede Marke hat da so ihre, sollte da so ihr eigenes Markenbild haben. Und dann unten in der Mitte sieht man, da sind wir in Berlin gewesen, das ist auch ganz wichtig bei der Entwicklung, wenn der Entwurf steht, dann fahren wir in den Laden und verbringen da den ganzen Tag mit allen Materialien, mit allen Skizzen, die wir gemacht haben, und ziehen wir noch mal den Raum. Macht auch nicht Liedergründe, aber der Lodo ist so, der Lodo muss das führen, den geht rein und sagt, das funktioniert nicht, also der hat auch wirklich ein gutes räumliches Verständnis, der hat das auch an den Peck, also die Schwester auch, also der ist damit aufgewachsen, das merkt man, was auch für uns wirklich eine gute Auseinandersetzung auf Augenhöhe ist, das macht dann auch Spaß, weil da entsteht dann auch was aus der Reibung, weil dann entstehen Diskussionen und dadurch entstehen dann eben auch ein gutes Entwurf. So, und dann nochmal Materialcollage, das ist jetzt hier Hamburg, oben rechts auch, die Visualisierung in Hamburg, und dann zeige ich euch jetzt mal, dann hast du was chronologisch, wie wir, genau, wir haben in Amsterdam angefangen, Amsterdam hat eine für die Grau, das ist die 9th Street Area, also die Hicke Area, also die Fasalien besuchen, auch wirklich immer die richtige Umgebung, wo sind die anderen Marken, die ungefähr die gleiche Zielgruppe haben, Kaka, und dann hört man das hochstehen, die, 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 die alle, und ich meine, was natürlich toll ist, in Amsterdam, da ist ja noch nicht so viel, wunderschöne Fassaden, wunderschöne Läden, in der Lager war dann auch runtergekommen, die müssen wir auf dem Platz sein, hier, in der Verhältlichkeitsschäden, weil der Kanal dann eben liegt, also das sind dann immer Sachen, die sieht man nicht am Ende, aber mit denen müssen wir uns natürlich auch beschäftigen, weil das ist ja unsere Arbeit. Und hier sieht man einmal die Stange, die wir empfiehlt haben, direkt, auch mit dem indirekten Licht, schön auf die Schulterfeld, links haben wir diesen Schubkastenschraben, der wie ein Aktenschraben wirkt, wo in Fasalian Polaroids jede Schublade ist ein Style, der Style liegt aus der rechten Seite, also diese direkte Kreuzung zur Ware, das ist im Grunde das direkt bekommen, das ist eben ganz wichtig. Das ist der Kassenbereich, hier sieht man auch schon, dass Trust No One auf den Boden, das ist die Message, die ganz wichtig ist, und jetzt hier auf dem letzten Bild sieht man vielleicht nochmal alle vier Komponenten, man sieht die Stange, man sieht den Schrank, man sieht die Message, man sieht das Appli-Spot, und das hat wirklich dazu beigetragen, dass wir diese vier Komponenten gut auf alle neuen, aber auch Facelifts, der bestehende Standorte beigetragen haben. Hamburg war auch ein neuer Standort, hohen Seiten, auch eine 1a-Lage, aber auch in einer guten Nachbarschaft, ein sehr modernes Gebäude, zweigeschossig, und da sind wir dann schon noch hochwertiger geworden, und wenn man in die Läden kommt, läuft man immer, außer in Düsseldorf, auf den T-Shirt zu, immer schon direkt auf den Markt zu, also auch da hat man direkt mal Kontakt mit der Markenaussage. Das ist hier, sieht man wieder hinten. Der Schrank, daneben die Umkleidung, auch sehr hochwertig ausbildet, auch das Haarmoor, links daneben der Selfie-Spot, da sind auch immer sehr exklusive Bildschmöbel aus, und das soll auch in jedem Laden anders sein, weil jeder Laden sollte sich auch anders ansehen. Das ist das Obergeschoss, Lager und VIP. Mittlerweile ist es so erfolgreich in Hamburg, dass sie jetzt den oberen Teil auch als Verkaufsfläche öffnen werden, kann man da auch ein bisschen was rum. Dann Köln, das war ein Facelift, Köln ist auch einer der ganzen Leben, die haben sehr auf der Ehrenstraße, 1A-Lager, läuft super. Da habe ich gesagt, ich gehe nochmal ganz in Weiß. Da gehen wir mal gucken, wenn wir das, da müssen wir auch das Gebäude planieren, da ist es als Leben gekommen, das war, seit dem Krieg hat das keiner mehr angehört, also das war jetzt in einem kleinen Laden schon sehr boll ausgemacht, was da auch investiert werden muss, um das auf den Stand zu bringen. Dann haben wir alles in Weiß gemacht, da haben wir diese alte Backsteinwand vorgefunden, die lassen wir, finden den Kontrast ganz schön zwischen diesen weißen Slicken und dieser roughen Wand, passt auf, wie er spielt ins Markenbild ein, was zur Marke gefällt uns nicht als Perfekt ist. Sieht man auch mal im Screen, da liegt jetzt, in der Hinten mit der Apuccino, Starface, Starface läuft da, also auch da wieder die Aussage, hart, rebellisch, jetzt ein Blick von hinten hin, nach vorne, oder von der Hinten zu kommen, nach hinten, das spiegelt sich in der Bahn, da sind wir hier im Schubkassenstrand, das machen wir hier in Weiß gemacht, passen zu den Bahnträgern, also die Bahnträger und der Strang sind immer alle, in der Hand. Kunst ist auch ganz wichtig, jeder hat auch Kunden, in Berlin super schön, weil Jugendstilhaus, ein Traum natürlich, das ist ein altes Kino, denkmalgeschützt, das ist auch ein Auseinander, das ist auch da, hier haben Standard und Schrank, was neu war in Berlin, das ist eine Fehlbezug gekommen, das ist neu, das läuft jetzt auch richtig gut an, das ist ja auch erst mal nicht entwickelt, weil es eben auch in der 1A-Lage ist, aber es ist toll, da ist da alle Beteiligungen gestellt, und dann geht es viel lang dahin. Und dann als letztes noch London, weil London war dann nochmal spannend für die Marke, weil das dann nicht so echte, die sind so weit, über Europa hinaus, und London ist auch immer so ein Flugzeug, wie es auf dem Markt funktioniert, oder nicht funktioniert. Auch haben sie alles richtig gemacht, sind direkt nach Soho gegangen, Nachbar ist in Media und Door, über Nachbarstadt, und da läuft es, weil die sind richtig happy, und das war dann ein bisschen aufregend am Anfang, aber das ist ein happy, den sind jetzt mal ganz schwarz gehalten, mit Palisander-Rolles, und dem Schrank, und der ist auch mit zwei Geschoss geladen, da unten eben der Selfie-Spot, wo die Hut bleiben kann. Ich habe da mal einen Einblick bekommen, wie unterschiedlich die für das Läden wirken, aber die Elemente, die sich immer wieder wiederholen, und dann eben auch zu machen, und dann auch schon wieder das machen. ganz gut, das war der Räden, das war der Räden, das war der Räden, das war der Räden, das muss man auch sagen, das ist irgendwie sein Wund, das Wund gibt auch was zurück, jetzt geht es in die Community rein, jetzt geht es in die Jugend rein, er fördert die Jusen, ich bin gerade an, wir haben uns gerade beauftragt, diesen Basketball-Kopf zu planen, haben wir vorher auch mal schon gemacht, das ist ja spannend, die Stadt hat die Location zu kaufen, die Welt in den Fingern, und der wurde jetzt komplett finanziert, und da fielten regelmäßige Events statt, und da war auch 8, und dann fällt die da auch so ein Bürgerbügel, in den Werksgefälle verteilt, oder nein, der im Sommer, ist der jetzt vorbei, aber dann flingert, in dem Vitamin-Kampus, da wo du das bist. So, ich habe jetzt das Schlusswort, Sie sind da auch gleich am Schluss. Es geht also nicht darum, wer den Größten, den Tollsten oder den Tollsten hat, sondern letztendlich darum, wer der Beliebteste ist. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020